China hat sechs Kriegsschiffe in den Nahen Osten geschickt. Hallo meine Lieben, hier der Adi von Translated Press. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Ferne. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist eine Eilmeldung. China hat sechs Kriegsschiffe in die Region geschickt. Und darüber haben wir euch ein Video übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Bitte lasst uns ein Abo und ein Like da, damit wir diesen Kanal wieder neu aufbauen können. Dafür danken wir euch sehr. China entsendet sechs Kriegsschiffe in den Nahen Osten, da die Spannungen in der Region hochkochen und die Befürchtung besteht, dass sich die Israel-Krise zu einem totalen Krieg ausweiten könnte. Der Einsatzverband der Volksbefreiungsarmee Osttheater verließ Muscat am Samstag nach einer gemeinsamen Übung mit der ormanischen Marine in Richtung eines nicht näher bezeichneten Ortes. Zum Einsatzverband gehören die Sibo, ein Lenkwaffenzerstörer vom Type 052D, die Fregatte Jingzu und das integrierte Versorgungsschiff Quianto-Hu, die alle in einer Zeit erhöhter Spannungen im Nahen Osten stationiert sind. Während des Besuches trafen chinesische Kommandeure mit ormanischen Militärs zusammen und besuchten militärische Einrichtungen, während Matrosen beider Länder die Geschäfte des jeweils anderen besichtigten. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua organisierten sie auch ein Basketballspiel. Wir von Translated Press bleiben für euch dran. Bis später, meine Lieben. Ciao, ciao.